Genau, vielen Dank. Ich freue mich heute hier zu sein und es soll gehen um das Thema Convay Store, warum ich darauf eigentlich keine Lust mehr habe, was also zu der Frage führt, warum eigentlich überhaupt dieser Talk. Naja, Convay Store ist irgendwie ein wichtiges Thema und ich glaube, es gibt da eine ganze Menge an Missverständnissen rund um genau dieses Thema, weswegen ich eben darüber sprechen möchte. Und bevor wir so in die direkt reinlaufen, habe ich mal eine Frage und zwar eine Projektmanagerin definiert in dem Projekt die Architektur. Wer glaubt, wer findet, das ist eine gute Idee? Einmal bitte die Hand heben. Ich sehe jetzt eine Person. Wer findet, das ist keine so gute Idee? Das ist die breite Mehrheit. Gut, vielen Dank. So, also irgendwie, auch wenn ich keinen Bock mehr darauf habe, muss ich über Convay's Law sprechen. Das heißt also, ich rede über Convay's Law, muss ja so mal kurz einführen. Und Convay's Law ist benannt nach diesem Herrn hier, das ist der Mel Conway. Den gibt es noch auf Twitter. Twitter ist das, was man benutzt hat vor Mastodon. Ich weiß nicht, ob sich noch Leute erinnern. Und der hat halt dieses schöne Hände mit Con... Was hat er? At Convay's Law. Genau. Also tatsächlich ist das eben sein Hände. Und der hat halt dieses schöne Paper geschrieben darüber, wie Komitees erfinden. Und das ist, glaube ich, von 1968, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist also irgendwie was Älteres. Und die Idee von diesem Gesetz von Convay ist eben, dass die Architektur kopiert die Kommunikationsstrukturen der Organisation, die dieses System letztendlich entwickeln. Das ist der wesentliche Punkt bei der ganzen Geschichte. Und das erste Missverständnis, das ist so ein kleiner Ausflug, aber es liegt mir halt einfach am Herzen, ist, wir reden über die Organisation, die das System baut. Wir reden über SoftwareentwicklerInnen. Wir reden nicht über irgendeine andere Organisation. Wir reden also nicht über Benutzer, den Fachbereich oder sonst irgendetwas, sondern wir reden über die Organisation, die die Software entwickelt. Ich höre manchmal nicht. In der Software kann man die Fachbereiche ablesen. Das ist nicht der Punkt. Es geht um die Organisation, die halt die Software entwickelt. So, warum ist das so? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, ich habe halt irgendwie Leute, die halt Software entwickeln. Hier ist ein Team, hier ist ein anderes Team und die haben untereinander irgendwie eine Beziehung. Die reden miteinander. Und dann habe ich hier irgendwie noch ein drittes Team und die reden irgendwie auch miteinander, weil sie irgendwie Ziele haben, die sie halt koordinieren müssen. Und was Conver jetzt sagt ist, es ist irgendwie sehr logisch, dass dann diese Teams dementsprechend Module bauen, weil dann müssen sie eben nur jeweils das Modul verstehen und können eben in diesem Modul ihre Funktionalitäten bauen. Und bei den anderen müssen sie nur die Schnittstellen verstehen und müssen dadurch weniger mit denen kommunizieren. Und darüber würden sie kommunizieren, nicht über die Schnittstellen, die Funktionalitäten, wie die miteinander interagieren. Und wir haben jetzt hier auf der Architekturebene deswegen eben Abhängigkeiten, zum Beispiel Schnittstellen oder sowas. Was also bedeutet, wenn ich es jetzt auf einer Folie mit zwei Worten sozusagen zusammenfassen sollte, wir haben die Kommunikation, die dazu führt, dass wir halt diese Architektur letztendlich haben. So, und jetzt habe ich ja irgendwie was gesagt zum Thema Module und habe das Konzept irgendwie so, also ich habe es gar nicht eingeführt, sondern ich habe nur gesagt, was gibt es halt irgendwie, was also zu der Frage führt, was zum Teufel sind denn eigentlich Module und warum sollte mich das interessieren? Und ich habe es gerade eben schon mal so ein bisschen erzählt. Module sind eigentlich, also erstmal so sieht so ein Ding aus, nicht? Das ist eine typische, typischerweise eine Box. Deswegen malen wir als ArchitektInnen typischerweise Boxen auf PowerPoint-Folien und wenn wir halt da ein Modul haben, dann haben wir irgendwie auch ganz viele andere. Und der Vorteil von diesen Modulen ist eben, dass ich ein begrenztes Wissen habe. Das heißt, ich kann ein Modul in Isolation verstehen, das kann ich ändern und ich muss dann nur eben das wissen, um dieses Modul zu ändern. Und ich kann eben auf so einer abstrakteren Ebene über diese Module reflektieren und die Abhängigkeiten, das ist irgendwie eher dieses Software-Architektur-Thema. Was also bedeutet, dass wir, damit das funktioniert, so eine lose Kopplung haben müssen. Module haben erstmal Abhängigkeiten. Es gibt nicht so etwas wie ein unabhängiges Modul. Das ist ein Widerspruch in sich. Ein Modul ist ein Teil eines Ganzen. Das impliziert, dass es Abhängigkeiten haben muss. Es kann nicht unabhängig sein. Aber es ist eben so, wenn wir jetzt hier eine Änderung machen, also hier zum Beispiel nicht dieser gelbe Punkt, das ist eine Änderung. Und diese Änderung ist jetzt eine in Anführungsstrichen gute Änderung, weil die ist eben nur ein Modul. Wir wollen also etwas an dem System ändern und wir müssen nur ein Modul ändern. Und es gibt dann irgendwie andere Änderungen. Hier habe ich so eine grüne Änderung und die hat jetzt so einen Impact auf dieses Modul da oben und auf das Modul da unten. Und das ist das, was mit loser Kopplung gemeint ist. Also es setzt sich eben nicht so fort, dass die anderen Module voll beeinflusst werden, sondern es ist eben nur eine leichte Änderung. Und das bedeutet, dass wir eben mit diesen Modulen dafür sorgen können, dass wir das Wissen begrenzen. Dadurch bekommen wir überhaupt es hin, Software zu verstehen. Und Software zu verstehen ist die Voraussetzung dafür, dass wir Software ändern können. Und das ist so ein bisschen der Grund. Wir müssen weniger verstehen. Dadurch können wir es leichter ändern. Also am Ende ist das Ganze eine Veranstaltung für Menschen. Eigentlich ist das Hauptproblem bei dieser ganzen Geschichte immer Menschen und dass wir mit Menschen Software entwickeln wollen. Und Softwarearchitektur an sich ist also schon ein Mechanismus, um dort loszulegen. Und das bedeutet halt, wenn wir jetzt diese beiden Sachen kombinieren, dann haben wir hier eben ein Team. Das baut irgendwie ein Modul. Und das kennt jetzt irgendwie die Implementierung davon und kann die halt irgendwie ändern. Und dann habe ich hier ein anderes Team. Das kennt vielleicht nur die Schnittstelle. Eben aufgrund von Information Hiding ist eben wenig Information in dieses andere Team geleckt. Und hier ist irgendwie dasselbe. Was im Übrigen bedeutet, wenn wir halt jetzt gemeinsam Software entwickeln wollen, müssen wir irgendwie kollaborieren und zusammenarbeiten. Das ist ja das Ergebnis. Wenn wir Wissen begrenzen wollen, kann keins dieser Teams vollständig autonom das gesamte System ändern, sondern die sind aufeinander angewiesen. Auch das ist ein altes Konzept. Da gibt es irgendwie dieses Paper von dem Herrn Parnas. Das ist ungefähr so alt wie ich. Also so Anfang der 70er ist das erschienen. 71, wenn ich das richtig sehe. Ich habe hier noch den Link draufgepackt, wo man das runterladen kann. Und mein ehemaliger Kollege, der Adrian Coilier, der hat da auch mal einen Artikel drüber geschrieben, wo der Herr Parnas auch selber kommentiert hat. Da hat er das zum Beispiel auch in Beziehung gesetzt zu Microservices, also zu modernen Ansätzen. Und das ist dort eben letztendlich der Punkt. So, und jetzt habe ich hier ein Thema mitgebracht. Also das ist so ein Ergebnis von einem Consulting, ein Szenario, was da diskutiert worden ist. Und zwar war es dort so, dass eben eine Projektmanagerin entschieden hat, dass drei Teams an einem Modul arbeiten sollen. Das war dort die Entscheidung. Wer hätte das für eine gute Idee? Ah, zwei. Wer hätte das für eine eher schlechte Idee? Ja, deutliche Mehrheit. Okay. Also der Rest. Ich würde ja jetzt auch erstmal zustimmen und würde sagen, das ist halt eine blöde, also eine, ich sollte vernünftige Sprache benutzen, eine nicht so gute Idee, eine superoptimale Idee. Denn Module sind eben dazu, dass wir Wissen begrenzen und mehrere Teams, die halt an einem Modul arbeiten, das konterkreiert das halt. Da müssen eben alle dieses Modul verstehen und Änderungen werden halt potenziell auch die anderen Teams beeinflussen. Also haben wir halt ein Problem. Ist in sich eigentlich keine gute Idee. Irgendein Problem damit, irgendwas, was komisch ist. Es gibt da Convace Law. Convace Law sagt, die Architektur kopiert die Kommunikationsbeziehung in dem System. Wenn also diese Entscheidung getroffen wird, dass drei Teams an einem Modul arbeiten, ist das in sich widersprüchlich. Das kann nicht sein. Convace Law sagt, die Kommunikationsbeziehungen beeinflussen die Architektur. Das heißt also, entweder ist es so, wenn Convay recht hat, und dafür gibt es ja gute Indizien, also das ist nicht ein isoliertes Ding, wo sich irgendjemand mal hingestellt hat und gesagt hat, ich schreibe mal kurz so ein Paper, sondern das ist irgendwie etwas, worüber es viel wissenschaftliche Arbeit gibt, was also tatsächlich eine Grundlage ist. Und es ist eher so wie Gravitation. Also nur weil ich nicht an Gravitation glaube, kann ich nicht fliegen. Sondern das ist eben ein Hass-Naturgesetz. Und das bedeutet also, was passieren wird, ist, dass ich halt drei Teams habe, die halt irgendwie an drei Modulen arbeiten. Das ist eben eine Möglichkeit, die halt passiert. Dann ist Convay sozusagen erfüllt. Oder ich habe irgendwie ein Team, was an einem Modul arbeitet. Dass ich also dann tatsächlich sehr stark abstimmen muss und sehr stark zusammenarbeitet. Und ich will gar nicht ausschließen, dass weitere Dinge passieren können. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass vielleicht zwei Teams sehr stark kollaborieren an einer Stelle dieses Moduls oder ein Modul zusammenlegen und das andere Team sitzt dann wieder neben, was auch immer. Also jedenfalls, das, was dort entschieden worden ist, ist nicht das, was rauskommen kann eigentlich. Und das bedeutet halt diese Entscheidung, so funktioniert das halt irgendwie nicht. Das ist Convays Law. Und das führt so ein bisschen zu der Frage, nicht? Also ich habe ja gesagt, das ist aus so einem Consulting rausgekommen. Was mache ich denn jetzt? Also es ist jetzt eine nette intellektuelle Reise. Aber die Frage ist ja, was tue ich jetzt damit? Und die Antwort ist halt, naja, ich glaube halt, dass wir kollaborieren müssen. Einmal ist es halt so, diese Person, die das halt entscheidet, das ist halt in diesem Beispiel eine Projektmanagerin gewesen, die weiß vielleicht nicht, dass es Convays Law gibt. Und ehrlich gesagt kann ich dir halt auch keinen Vorwurf machen, nicht? Also es gibt viele Sachen aus dem Bereich Projektmanagement, die ich nicht weiß. Und die weiß halt Sachen aus Softwarearchitektur nicht. Das heißt, es ist irgendwie sinnvoll, mal das zu diskutieren und halt zu erläutern. Und üblicherweise würde ich ja jetzt erst mal erwarten, dass diese Person irgendwie irgendeinen Grund dafür hat. Also da gibt es halt Motive für, nicht? Es ist unwahrscheinlich, dass diese Person das halt tut, weil sie sagt, cool, heute wollen wir mal die Architektur gegen die Wand fahren. Und deswegen treffen wir halt diese Entscheidung. Denn üblicherweise ist es eben so, dass halt Teams und Projekte gemeinsam gewinnen oder verlieren. Und ich kann mir aus meiner Perspektive sehr einfach Gründe vorstellen, warum diese Entscheidung getroffen worden ist. Zum Beispiel, weil man gesagt hat, naja, wir schmeißen halt mit Ressourcen auf eine Deadline. Und da sind irgendwie mehr Leute dann drin. Und ja, das führt halt vielleicht zu irgendwelchen komischen Effekten, Reibungsverlusten oder so. Aber wir haben halt eine höhere Möglichkeit, eine Deadline zu schaffen. Oder wir können halt zumindest anschließend sagen, wir haben es halt versucht und wir haben es ernsthaft versucht, das hat trotzdem nicht geklappt. Und das ist eine valide Strategie, würde ich ja irgendwie auch so entscheiden, wenn ich das halt müsste. Das heißt also, Also eigentlich ist das jetzt etwas, wo, glaube ich, man, ja, miteinander reden muss und halt, nicht, Kaffee oder Tee miteinander trinken muss, um zu verstehen, was eigentlich der Grund dafür ist. Und ich glaube, dass ich tatsächlich als Architekt, die, oder, also noch schlimmer als Berater, die Verpflichtung habe, Feedback dazu zu geben. Und dieses Feedback kann halt sein, das ist vielleicht aus meiner Perspektive keine gute Idee und dann kann irgendwie aus der anderen Richtung kommen, aber wir machen das jetzt aus diesen Gründen. Und irgendwie wird man sich dann, also nicht, ich habe, wie gesagt, wenn es halt eine rationale Erklärung dafür gibt und einen rationalen Ansatz, dann kann ich das hier eben verstehen, was das also bedeutet, man sollte halt mit anderen Leuten reden, nicht, das ist irgendwie hilfreich. Und die andere Sache, die ich halt mitnehmen würde, wäre, es wird irgendetwas passieren, wenn ich diese Entscheidung treffe, aber es wird nicht das passieren, meine Vermutung, was sozusagen in dieser Ebene entschieden wird. Irgendwas anderes wird passieren, weil eben Convays Law gilt, nicht, also es werden sich diese Teams stärker abstimmen, sodass sie ja zu einem Team werden und stark miteinander kommunizieren, was halt ein Problem ist, weil es gibt nur so viele Leute, mit denen man halt typischerweise eng kommunizieren kann. Vielleicht werden aus diesem einen Modul, was wir auf dem Reißbrett haben, drei Module, was auch immer und das sollte man beobachten, nicht, also das ist halt etwas, wo man halt drauf gucken könnte. So weit, so gut. Warum reden wir eigentlich alle über Convays Law? Ein Grund dafür ist dieses Inverse Convay und Inverse Convay ist so eine Idee aus diesem Inverse Convay-Manöver-Bereich, also so heißt es eigentlich ausgeschrieben, das kommt aus dem Bereich Microservices. Ich habe ein paar Bücher geschrieben über das Thema Microservices und das ist so ein bisschen ein Teil von dem, was halt in diesem Microservices-Kanon drin ist und weswegen, ich glaube, wir auch mittlerweile sehr viel stärker wieder über Convay's Law sprechen. Und dort ist es eben deswegen Inverse, weil man halt sagt, naja, wir definieren halt eine Architektur und die Architektur soll anschließend die Organisation treiben. Das heißt also, wir definieren eine Organisation und dann wird die Architektur sich halt ergeben. Ich habe das mal mitgebracht, wie sowas aussieht. Also ich habe halt eine Menge an EntwicklerInnen und DesignerInnen, die da halt irgendwie sind. Und jetzt fangen wir mal an, also wir konstatieren erst mal, das ist irgendwie chaotisch und jetzt fangen wir halt an und machen halt irgendwie Ordnung und machen eben noch mehr Ordnung und sagen jetzt nicht, siehet, ihr seid vier, drei Teams und ihr kriegt jetzt eine Aufgabe. Eure Aufgabe ist, den Bestellprozess zu machen, eure Aufgabe ist Lieferung und die dritte Aufgabe ist Rechnung schreiben. Und wenn wir halt diese Entscheidung getroffen haben, weil Convay's Law gilt, dann haben wir, ohne dass wir das tatsächlich entschieden haben, nur weil wir eben die Organisation festgelegt haben, haben wir halt drei Module. Und das hört sich jetzt erst mal gut an, weil, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum das eben so ein, so, wie soll ich sagen, so gerne umgesetzt wird oder so gerne diskutiert wird. Aber in Wirklichkeit ist das eine Vereinfachung. Denn was wir in Wirklichkeit tun, ist, dass wir den Org-Chart ändern. Wir sagen halt, es gibt drei Teams und du bist jetzt in diesem Team in einer Reporting-Chart. Hierarchie oder sowas. Also, da gibt es irgendwie ein Org-Chart, wo ich mich wiederfinde und da bin ich halt irgendwie jetzt an einer anderen Stelle. Das ist nicht Kommunikation. Da kann man jetzt irgendwie sagen, naja, okay, cool, du versuchst irgendwie wieder lustige Dinge zu erzählen, die in Wirklichkeit nicht helfen. aber das ist erst mal tatsächlich ein Unterschied und der ist relevant, weil wir die Annahme treffen, dass eben diese Org-Chart dazu führt, dass Leute stärker miteinander kommunizieren. Und das ist ja mir die Frage, funktioniert das tatsächlich so? Und ich bin mir halt nicht sicher. Also, ich habe gehört, es gibt Organisationen, wo halt die MitarbeiterInnen so weit sind, dass sie sagen, ja, das ist halt die Reorganisation, die halt dieses halbe Jahr passiert. Nächstes halbe Jahr gibt es die nächste und ich bleibe jetzt hier sitzen an meinem Schreibtisch und mache halt einfach gar nichts und mache halt genau das wie vorher. Oder das andere, das ist so so ein bisschen nihilistisch, das ist halt nicht eine positive Sache. Aber es gibt auch noch was anderes. Es gibt halt zum Beispiel diese Geschichte, wenn ich mehrere Leute in einen Raum setze und die, also Räume, erinnern wir uns, das ist so ähnlich wie ein Teams-Meeting oder ein Zoom-Meeting, nur, dass man tatsächlich in einem physischen Raum gemeinsam ist. Und die Idee ist halt, dass es nahezu unausweichlich ist, dass diese Personen dann stärker miteinander kommunizieren. Und das ist ein Trick, mit dem ich eben Kommunikation stärken kann, ohne dass ich den Org-Chart ändere. Und vielleicht noch ein Hinweis, weil das sich mir sozusagen persönlich am Herzen, ich tauche nicht in dem Org-Chart meiner Kunden auf. Also die Kundenorganisationen haben mich nicht im Org-Chart. Trivial. Ich hoffe, dass ich trotzdem irgendwie einen Impact habe und hat auch einen Impact auf die Architektur habe, was also impliziert, dass es da eben andere Dinge gibt, die dort eben nicht in diesem Org-Chart drin sind. Und es gibt diesen wunderschönen, diesen Begriff, die Organisation irritieren. Das ist so ein Begriff aus der Soziologie. Ich erzähle nachher noch was weiter dazu, aber im Wesentlichen ist das etwas, was ich von meinem Kollegen Gerrit Beine gelernt habe, der sich dazu entschieden hat, neben der Arbeit bei der InnoQ eben Soziologie zu studieren. Und dieses Irritieren bedeutet halt, dass wir jetzt irgendetwas tun mit einer Organisation. Wir sagen zum Beispiel jetzt neuer Org-Chart. Und das irritiert eben die Organisation. Und das kann dazu führen, dass es neue Kommunikationsstrukturen gibt. Das ist sozusagen das, was das vereinfachte Inverse Convey annimmt. Wenn wir den Org-Chart ändern, werden die Leute nicht aus diesem Chaos in die Ordnung kommen. Und es wird eben wunderbar sein. Und die Leute werden eben stärker miteinander kommunizieren. Aber, und sie werden dann eben an irgendwelchen Modulen arbeiten. Aber das kann eben im Extremfall auch dazu führen, dass es einfach komplett ignoriert wird. Das weiß ich vorher nicht. Das heißt, ich mache eine Irritation. Und dann wird die Organisation sich irgendwie damit beschäftigen. Und hier ist, glaube ich, die Mannbreite. Von dem, was man vielleicht einen Erfolg nennen würde, bis hin zu wird halt vollständig ignoriert. Und dann kann ich die nächste Irritation machen. Dann kann ich halt irgendwie sagen, okay, ich sperre die halt zusammen in einen Raum oder was auch immer ich halt tue. Das heißt also, eigentlich ist halt diese Annahme drin, dass halt Menschen dieser Org-Chart folgen. Und sie werden halt entsprechender Org-Chart kommunizieren. und das ist eben zu einfach. Und das führt dazu, dass dieses Inverse-Conver-Manöver, naja, das stellt noch eine andere Frage. Also, ich ziehe mich immer zu so Technik-Slash-Architekt. Das heißt, eine von den Fragen ist, sollte ich Organisation oder ArchitektInnen, allgemein, Techniker allgemein, Organisation als ein Werkzeug für Architektur verstehen? Es gibt tatsächlich, wenn man ein bisschen gräbt, so von mir ein Talk, der halt genauso was als Überschrift hat. Also sollten ArchitektInnen die Organisation definieren. Nicht, Seitennotiz, vielleicht hilft es halt eh nicht so viel. Ja, und wie ist das denn jetzt? Also nehmen wir mal an, wir sind, wir nehmen mal die andere Rolle an. Ich bin halt irgendwie Projektmanager, Projektmanagerin. Also eigentlich ist mein Job dafür zu sorgen, dass ich halt festlege, wer was tut. Und jetzt kommt halt irgendwie eine Architektin und sagt, ich entscheide das mal kurz, weil wir machen Inverse Conway. Und deswegen brauchen wir die drei Teams. Wir brauchen Order Processing, Invoicing und Shipping. Und wenn du das nicht einsiehst, ist irgendetwas schief. Ist das wirklich gut? Und da sind wir halt bei der Folie, die ich ganz am Anfang hatte. so wie ich erwarte, dass sich der Projektmanager nicht hinstellt und sagt, ich entscheide das mal kurz, wie die Architektur aussieht, kann ich mich ja nun unmöglich hinstellen als Architekt und sagen, ich entscheide mal kurz, wie die Organisation und die Projektstruktur aussieht. Und es gibt wechselseitige Abhängigkeiten, weil es ist eben so, dass die Organisation und die Architektur in der Abhängigkeit sitzt. Ich muss also Feedback haben und ich muss mich miteinander unterhalten. Aber es kann nicht sein, dass ich mich als Architekt hinstelle und sage, das ist die Organisation. Und Inverse Conway, wenn man das sozusagen so richtig hardcore hinschreibt und macht, sagt eigentlich genau das. Und deswegen habe ich da halt eigentlich ein Problem mit. Also, weil da eben diese Frage, wer tut was, da gibt es solche Sachen wie Deadlines, Budgets, irgendwelche Constraints, die ich halt in der Organisation habe. und ich persönlich will halt Architektur machen, nicht? Das ist irgendwie mein Job. Ich bin irgendwie Techniker und will Architektur machen. Und es gibt eben diese Themen und diese Themen überlasse ich halt gerne irgendwie anderen Leuten, weil Architektur und dieses Thema ist halt ein tagesführender Job. Und es gibt eben andere Sachen, die halt andere Leute machen. Und was eben impliziert, dass die halt dann auch tatsächlich diese Entscheidung treffen müssen. Sonst ist dann etwas ganz komisch. Was also bedeutet, dass letztendlich wir in so eine Kollaboration reinkommen müssen. Wir müssen also uns, wir ArchitektInnen, müssen eben Projektleiter unterstützen und auf keinen Fall kontrollieren. Und das tun wir eigentlich, wenn wir dieses Inverse Convey so in Reinkultur machen. Und umgekehrt sollten natürlich auch ProjektleiterInnen, ArchitektInnen unterstützen. Was also bedeutet, Feedback anbieten. Architektur ist halt ein weiterer Constraint für die Organisation. ArchitektInnen sollten halt Feedback geben dazu. Aber ich glaube halt, hier ist noch ein Fragezeichen, ich glaube halt nicht, dass es halt irgendeinen Sinn macht, da irgendetwas zu entscheiden. Was also wiederum dazu führt, dass wir halt irgendwie miteinander Kaffee oder Tee trinken müssen, um eben dort dieses Feedback anzubringen. Und ich glaube, da gibt es echt eine Verpflichtung. nicht, weil wenn wir halt diese Expertise haben, müssen wir die Expertise einbringen, um dafür zu sorgen, dass wir eben gemeinsam erfolgreich sind. Ich glaube, das ist wirklich notwendig. Und wir sollten eben auch mit anderen Leuten sprechen. Und diese Kommunikation nicht die Organisation, stärkt halt die Architektur. Übrigens noch so eine Seitennotiz. Das Conway Paper spricht übrigens auch darüber, dass es halt so, wenn die Organisation sehr groß wird, potenziell die Kommunikation zusammenbricht und anschließend auch die Architektur. Was so ein bisschen impliziert, dass eben Projekte, wenn sie eine bestimmte Größe haben und Kommunikationsschwierigkeiten haben, in dieses Problem hineinlaufen. Nur falls jemand schon mal von einem Projekt gehört hat, was dem das möglicherweise passiert sein könnte. Sprechen wir nochmal über ein anderes Thema. Da gibt es eben dieses Thema mit dem Strategic Domain Driven Design. Was zum Teufel ist Strategic Domain Driven Design? Muss ich ein bisschen was erklären. Also es gibt ja wie Baune Kontexte. Und Baune Kontexte sind halt spezielle Module. Ich will das nicht weiter diskutieren. Das alleine ist irgendwie mindestens eine Stunde wert. Aber für das, was wir hier diskutieren, reicht es halt aus, wenn wir sagen, Baune Kontext ist synonym mit einem Modul. Und typischerweise wird ein Baune Kontext irgendwie von einem Team gehandhabt, was ja schon mal eine gute Idee ist. Also haben wir ja diskutiert, sonst haben wir möglicherweise Probleme. Und Beispiele wären solche Sachen wie zum Beispiel ein Bestellprozess, ein Lieferungsprozess oder so. Das, was wir vorhin auch schon bei dem Inverse Conway gesehen haben. Irgendwelche Dinge, die halt eine fachliche Bedeutung haben. Und Strategic Domain Driven Design sagt jetzt auf dieser Ebene so ein paar Geschichten. Also eine Sache, die es zum Beispiel sagt, ist, ein Baune Kontext kann mehr oder weniger wichtig sein. Wenn ich mich versuche, im Geschäft zu differenzieren, dann kann halt mein Lieferprozess wichtig sein, weil der ist halt so gut, dass die Leute halt zu mir kommen, weil ich halt so zuverlässig liefere. Wir brauchten zum Beispiel gerade eben einen HDMI-Adapter, USB-C, einen HDMI-Adapter. Da wäre es halt cool gewesen, wenn es jetzt einen Service gäbe, der halt sagt, ich liefere dir den, auch wenn du halt irgendwo in Hannover bist, innerhalb von einer Viertelstunde. Vielleicht ist das unser Business Case. So ein bisschen wie Flink oder Gorilla oder so. Vielleicht ist unser Business Case aber auch, dass unser Bestellprodukt, dass unsere Auswahl besonders gut ist. Dann ist vielleicht die Produktsuche irgendwie wichtig. So, das heißt, wir können unterschiedliche Schwerpunkte stellen. Und wir können jetzt irgendwie Unterstützung brauchen. Es nützt halt wenig, wenn ich halt eine gute Suche habe, wenn ich zum Beispiel nicht vernünftige Daten über diese Produkte bekomme. Es nützt auch wenig, wenn ich halt Produkte perfekt zustellen kann, wenn ich nicht die notwendigen Informationen dafür aus dem Bestellprozess bekomme. Das heißt, diese Dinge müssen sich halt untereinander irgendwie helfen. und die einzige Möglichkeit, das zu lösen, ist, indem ich Patterns anwende für die Kollaboration von den Teams. Ich habe es ja schon gesagt, die müssen sich halt unterstützen und die Patterns sagen dann genau das. Und jetzt ist halt die Frage, warum sehe ich so wenig Adaption von diesen Strategic Domain Driven Design Patterns? Das ist eine subjektive Aussage. Also als Berater sieht man ja irgendwie sein Teil der Welt. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich all diese Themen, Baune Kontext, Aufteilung von Systemen in Baune Kontexte, Strategic Design, gleichmäßig intensiv darstelle. Ich habe das Gefühl, diese Aufteilung in Baune Kontexte, da sagen halt alle super, ja, das hilft uns, das machen wir gerne. Und dann kommt dann wieder dieses Strategic Design, was halt nahezu zwingend ist, weil wir müssen irgendwie ja dafür sorgen, dass diese EntwicklerInnen Teams kollaborieren. Und das habe ich das Gefühl, wird nicht umgesetzt. Also dass halt zwei Teams sagen, wir sind in einer Customer-Supplier-Beziehung und das halt auch tatsächlich so leben, sehe ich halt nicht so häufig. So und Customer-Supplier ist eben genauso ein Beispiel. Da spricht man also von zwei Teams und zwar sagt man, das eine Team, sagen wir zum Beispiel, dass für die Auslieferung der Produkte, das ist Downstream und ist abhängig von dem anderen Team, das zum Beispiel die Bestellung entgegen nimmt. Und das bedeutet eben, dass das Team, was halt diese Bestellung entgegen nimmt, die richtigen Informationen weitergeben muss zu dem Team, was eben sich um die Auslieferung kümmert. Und das löse ich jetzt, indem ich eben sage, der Delivery-Prozess hat die Möglichkeit, Dinge in den Bestellprozess einzukippen. Wir brauchen bei der Bestellung noch folgende zusätzliche Informationen, könnt ihr das nicht implementieren. implementieren. Und dann sagt das andere Team halt, ja, lass uns darüber reden, wie lange das dauert und wie umfangreich das ist, um dann irgendwie dafür zu sorgen, dass man das irgendwie auf die Reihe bekommt. Also es ist nicht so diktatorisch, ich kann nicht zu dem anderen Team gehen und sagen, macht jetzt das sofort, sondern das andere Team hat ja auch noch andere Prioritäten, andere Themen, dieses Bestellteam muss sich halt darum kümmern, Kunden zufriedenzustellen, Bugs zu fixen, was weiß ich was, zu machen und ich muss mich da halt irgendwo einreihen und dann verhandelt man es halt. Aber ich habe eben die Möglichkeit zu sagen, baut das bitte und wenn ich halt diese Beziehung habe, dann ist irgendwie hoffentlich allen klar, dass eben tatsächlich dieses Bauen auch gewünscht ist und umgesetzt werden sollte. Also wir haben eine Customer-Supplier-Beziehung und das eine Team kann dem anderen Team Prioritäten geben und dann, also nicht, Delivery beispielsweise könnte jetzt irgendwie den Bestellprozess sagen, das ist das, was wir gerne hätten und dann wird irgendwie kollaborativ darüber entschieden, wie das Budget aussieht, wann es fertig sein soll und was weiß ich was. Wer hier im Raum kann entscheiden, kann sowas etablieren? Zwei Teams sollen in einer Customer-Supplier-Beziehung sein, so wie ich es gerade gesagt habe. Wer kann das tun? Ich sehe niemanden, glaube ich. Wer kann das denn nicht tun? Ja, Hälfte ungefähr. Wer kann das denn tun? Beide Teams, sagst du. Okay. Typische Antwort, die ich dort erwarten würde, ist sowas wie ein Projektmanager, nicht irgendjemand aus Management. Das, was ich halt erwartet hätte. Weil es geht ja eben darum, wer hat was tut und das ist typischerweise nicht das, was ArchitektInnen oder andere Techniker, die ich jetzt hier nicht auf der Folie hatte, irgendwie entscheiden. Finde ich nachvollziehbar, nicht? Also von daher finde ich halt die Aussage, das kann ich nicht entscheiden und nicht festlegen, ist für mich irgendwie nachvollziehbar. Das heißt also, wir machen jetzt folgendes, wir haben diese beiden Teams, wir nehmen uns irgendeine Person aus dem Management, die jetzt irgendwie Kraft ihres Amtes sagt, ich entscheide das mal und wir haben jetzt hier irgendwie Customer und Supplier. So, dann können wir ja mal sehen, dass das halt wirklich funktioniert. Also der Customer läuft halt los und sagt, dieses Feature brauchen wir halt so schnell wie möglich. Daraufhin sagt der Supplier, das dauert drei Monate, also es dauert drei Monate, das zu implementieren und wir können das halt frühestens in sechs Monaten umsetzen. Das sollte ein paar Tage dauern. Das ist offensichtlich trivial. Also es sieht folgendermaßen aus, das dauert halt drei Monate und wir können das erst in sechs Monaten loslegen. Okay, ich höre gerade, das kenne ich. Sorry. Wir eskalieren. Da ist wieder der Projektmanager und jetzt sagt das Team, möglicherweise kann man das raten, es dauert drei Monate und wir können halt erst in sechs Monaten loslegen. Oder wenn der Projektmanager sagt, schade, und dieses Team halt ein Problem hat. Dieser Prozess ist in gewisser Weise ein Customer-Supplier-Prozess, weil was wir getan haben ist, wir haben über Budget und Zeitplan verhandelt. Und ich habe gehört, dass so etwas tatsächlich passiert. Und es ist darüber hinaus so, dass das, also nicht wenn das so ist, wie es jetzt scheint, dann ist es irgendwie so, dass das Team halt versucht, das zu hinterlaufen, zu unterwandern. Das ist irgendwie das, was eigentlich dort passiert. Und da kann man dann tatsächlich wenig tun. Also nicht die Person, die hier unten sitzt und eben dort wenig tun kann, kann eben wenig tun. Also bis auf vielleicht irgendwie mehr Druck machen oder was auch immer. Das heißt also, ja, Manager kann sowas irgendwie aufsetzen, aber in Wirklichkeit können Teams das halt irgendwie unterwandern. Und das bedeutet, dass halt die Aussage, irgendjemand aus Management kann das halt aufsetzen, ist zwar irgendwie formal korrekt, aber so ganz richtig ist die nicht. So, jetzt kommt halt das andere. Deswegen fand ich die Antwort mit, die beiden Teams können Sie ja irgendwie entscheiden. Die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. nicht, also wir stellen uns vor, dass halt diese eine Person aus dem einen Team und die trifft halt diese eine Person aus dem anderen Team zufällig montags morgens an der Kaffeemaschine. Ja, holst du dir gerade den Kaffee? Ja, tue ich. Wir sind ja gestern auch gemeinsam Fahrrad gefahren und das war ja irgendwie ein super Erlebnis, schöner Ausflug, nicht, also die kennen sich offensichtlich privat und hatten ja am Wochenende irgendwas gemacht. Ja, war also total super. Sag mal, kannst du mir mal dabei helfen? Wir brauchen halt, unser Team braucht halt Unterstützung von eurem Team, weil wir müssen halt irgendwie diese Sache da implementieren und am Ende haben sie ja tatsächlich das bekommen, was sie halt bekommen wollten, weil halt diese beiden Personen sich gut kennen und weil eben diese beiden Personen irgendwie so sind in dem Team, dass halt auf sie gehört wird und ich glaube nicht, dass dafür die Voraussetzung ist, dass die jetzt eben Product Owner oder irgendwie Manager sind, sondern es kann halt gut sein, dass halt die eine Person im Stand-up gesagt hat, du, ich habe irgendwie gesehen, die anderen brauchen das halt, können wir das nicht machen? Wie lange dauert denn das? Also, ich brauche zwei Tage. Ja gut, dann lasst uns das tun. Nicht, also sowas wäre dort irgendwie denkbar. Und ich habe da oben so ein Fragezeichen gemacht, nicht, also da steht halt, ist das wirklich Customer Supplier? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil das ein Detail-Level ist, des Patterns, das glaube ich da nicht so richtig erwähnt ist. ist, es ist so deskriptiv, nicht, also es sagt halt, hey, das eine Team gibt bei dem anderen Team Prioritäten rein und es wird irgendwie verhandelt und subjektiv würde ich halt, habe ich halt das Gefühl, es ist eher dieses erste Modell, wo es halt im Management festgelegt wird, aber so richtig steht es da nicht. Und deswegen weiß ich halt nicht genau, ob das eben dieses Pattern ist. es führt aber zum Ergebnis, nicht, von daher ist das halt auch eher so eine, wie soll ich sagen, so eine akademische Frage vielleicht. Das bedeutet halt, auch wenn ich nicht formal die Kontrolle über ein anderes Team habe, kann ich immer noch versuchen, dieses Team zu beeinflussen. Wir sind ja so ein bisschen bei diesem Irritieren, nicht? Also wir haben eine informelle Customer Supplier Beziehung geschaffen durch Kaffeemaschine und Fahrradtour. Und das Besondere hier ist halt, dass wir hier ein Pattern haben, und dass wir nicht einfach implementieren können. Viele von den Domain-Driven-Design-Patterns, die gerade so auf Code-Ebene sind, sind nahezu, also da ist es halt, ich hätte jetzt fast gesagt, trivial, sie zu implementieren. Es ist klar, wie ich sie implementiere. Das ist halt ein Stück Code oder eine Art und Weise, wie ich halt Code schreibe. Wir können objektiv feststellen, ob das halt implementiert ist oder nicht. Und wir müssen uns nur, in Anführungsstrichen, an die IDE setzen und das halt irgendwie umsetzen. Das hier ist was anderes. Weil es eben, haben wir ja gerade gesehen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es dort halt implementiert ist. Und es ist halt außerdem auch noch so, dass eben ProjektmanagerInnen oder wer auch immer, Leute, die sich um Organisationen kümmern, solche Dinge anders entscheiden können. Und auch hier wieder, das kann ja irgendwelche Gründe geben. Warum auch immer. Und vielleicht auch rationale Gründe. Was also bedeutet, dass ich das eben nicht wirklich machen kann. Führt also wieder dazu, nicht? Noch mehr Kaffee, noch mehr Tee. Wir können also hier diese Sachen nicht entscheiden. Wir im Sinne von, ich bezeichne mich jetzt mal wieder als Architekt, aber wir können eben wieder Feedback anbieten, geben und schauen, warum und wie ProjektmanagerInnen diese Organisation aufsetzen. Und wir können eben diese informellen Wege nutzen. Wir können uns eben zusammensetzen und können dann versuchen, das zu beeinflussen. By the way, das ist so der andere Punkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das nicht tut. Also eigentlich ist das das, was wir tun. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir es reflektieren. Also weil die Aussage, ich kann Customer Supplier nicht aufsetzen, ich glaube schon, dass wir das können. Weil wir wissen, wie wir das hinbekommen, hoffentlich, vielleicht, indem wir nämlich mit dieser Person sprechen, mit der Person sprechen und halt dort folgende Knöpfe drücken, die letztendlich eben genau zu diesem Erfolg führen. Und aus irgendwelchen Gründen reflektieren wir nicht darüber. Oder das ist uns nicht so richtig bewusst, dass das eben Mechanismen sind. Und ich glaube, das ist wiederum der Grund, weswegen eben dieses Pattern nicht erfolgreich ist. Ein Grund. Es gibt noch ein paar andere Gründe, aber das ist, glaube ich, für mich einer der Gründe. Bedeutet in der Zusammenfassung, Comvessor sagt halt nicht, aus Kommunikation wird sozusagen Architektur. Das ist so das, was man in zwei Worten dort hinschreiben kann. und Module sind dazu da, um den Fluss von Informationen zu beeinflussen. Im Kern ist Softwarearchitektur immer etwas gewesen, was eigentlich sich darum kümmert, dafür zu sorgen, dass mehrere Menschen kollaborieren oder mehrere Teams kollaborieren können, um Softwaresysteme zu bauen. Und drei Teams können irgendwie nicht an einem Modul arbeiten. Das ist in sich widersprüchlich. Irgendwas anderes wird dort passieren. Inverse Conway ist, glaube ich, zu stark vereinfacht. Das ist halt nach meinem Empfinden das, was passiert, wenn wir sagen, nicht Menschen verhalten sich so wie Roboter. So funktioniert es eben gerade nicht. Sondern Menschen sind eben Menschen. Und ich würde nicht empfehlen, dass ArchitektInnen alleine entscheiden, wie die Organisation aussieht. Das können sie auch nicht. Und ich glaube, aus guten Grund. Und ich würde es eben auch nicht wollen. Und wir können deswegen, Customer Supplier, ja hier steht, wir können es nicht implementieren. Ich weiß es nicht genau. Wir können, glaube ich, schon dafür sorgen, dass das halt in diese Richtung läuft. Ob wir es formal können, weiß ich nicht. Aber das ist auch egal. Wir wollen ja Ergebnisse produzieren und nicht irgendwelche Formalitäten haben. Bedeutet also, dass ein wichtiger Punkt ist, besser zu verstehen, was mit der Organisation passiert. Wenn ich sage, da sollen irgendwie drei Teams an einem Modul arbeiten, dann muss ich mir halt irgendwie anschauen, was dann die Organisation tatsächlich am Ende umsetzt. Und ich würde eben Feedback, Unterstützung anbieten, um eben diese Aspekte reinzubringen, was also letztendlich bedeutet, Kaffee- und Tee-Konsum erhöhen. Noch so ein paar Hinweise. Es gibt Softwarearchitektur im Stream. Das ist eben ein Stream, da kann man irgendwie durch Chat Fragen stellen. Das gibt es freitags immer live. Ich habe vorhin noch in der Cafeteria das jetzt irgendwie endgültig festgeklopft, was jetzt am Freitag passieren wird. Am Freitag rede ich über das Thema, wie man irgendwie in Richtung Microservices migriert, aber eben auch in andere Architekturen. Es gibt ein paar Episoden, die sich halt mit diesem Thema Organisation beschäftigen. Da gibt es halt eine Episode über das Thema Convays Law. Da gibt es die schon zitierte Episode mit meinem Kollegen Gerrit über Sozialwissenschaften und Softwarearchitektur. Da gibt es auch so Sketchnotes, das ist das, was man oben rechts sieht. Das heißt, man muss sich nicht alles ansehen oder es gibt es auch als Podcast nicht. Also man kann es halt auch einfach nur hören. Die meisten Sachen sind halt eben ein Gespräch. Man muss es halt auch nicht live sich angucken, sondern man kann sich das Video angucken später oder eben auch den Podcast anschauen. Und dann gibt es noch eins zur Organisation und Architektur am Beispiel. Das ist deutlich später, glaube ich jedenfalls. Also das ist eine von den eher letzteren Episoden. Wir haben, Gerrit und ich, haben auch nochmal im Heise Podcast über das Thema gesprochen. Das ist das Zweite, was wir gemacht haben. Also der Stream war die erste Sache. Das hier ist das Zweite und das ist, glaube ich, besser gelungen. Also da wäre mein Tipp, eher den Podcast anhören, als halt den Stream sich irgendwie reinziehen. Wen das interessiert hat, möge eine E-Mail schicken an diese E-Mail-Adresse. Da gibt es dann die Folien, die sind auch tatsächlich schon da. Probekapitel von meinen Büchern und außerdem so ein paar freie Broschüren zu so Themen rund um Microservices. Das ist ein anderes Thema. Das ganze Daten, wie nennt man das, Data Privacy, Datenschutzhinweis, das ist halt ein Amazon Lambda-Skript und Microservice, was bedeutet, dass eure E-Mail-Adresse dann 14 Tage auf einer Amazon-Infrastruktur gelockt ist. Das ist das Minimum, was ich dort einstellen kann. Und wenn ihr euch vertippt bei der E-Mail-Adresse, also bei dem linken Teil der E-Mail-Adresse, dann landet das bei mir in der Inbox und ich kümmere mich manuell drum, aber ihr subscribt jetzt keine E-Mail-Liste oder so, sondern es geht nur darum, euch diesen Link zuzuschicken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben Zeit für Fragen. Ich habe vom Netz, genau, wir haben Zeit für Fragen, glaube ich. Genau, danke.